So, hallo und herzlich willkommen. Heute ist es soweit. Die Patch Notes für 050 sind gekommen. Master Killer ist hier mit am Start. Servus. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen die Patch Notes durch, gucken was jetzt für uns interessant ist, was euch vielleicht auch interessiert. Wir werden jetzt nicht auf jeden Punkt speziell eingehen und ein paar Sachen müssen wir auch sagen, verstehen wir noch nicht so ganz oder wissen wir noch nicht ganz, was dahinter steckt, aber das kennt man ja aus Patch Notes, vor allem wenn sie auf Englisch sind, man selber nicht so perfekt Englisch kann und man manchmal auch gar nicht weiß, was dem Schreiber da quasi hinterherkommt oder was an Inhalt dann dadurch freigesetzt wird. Bevor wir uns jetzt total verraspeln, fangen wir mal an. So, erstmal, es wird einen Vibe geben. Das ist bekannt und wird mit Sicherheit langsam jeder wissen. Ich denke, es ist cool, auf jeden Fall mal wieder einen Vibe zu haben und da wieder mal ein bisschen von vorne anzufangen und die Erfahrungen, die man jetzt gesammelt hat, im Neugang wieder auszuprobieren. Was denkst du da? Bist du gegen Vibes oder bist du für einen Vibe? Also in dem Fall bei dem großen Update jetzt bin ich auf jeden Fall dafür, weil es muss ja dann auch irgendwo mal wieder ein gleiches Recht für alles sein, wenn dann jetzt gerade viele neue Spieler dazukommen. Aber, also in dem Fall, finde ich, gehört es einfach dazu auch. Ja, denke ich auch. Dann gehen wir mal direkt weiter. Es gibt neue Weapons. Hier, die sind hier aufgelistet. Ich habe zu jedem mal einfach ein Google-Fenster geöffnet, mit man weiß, was man sich darunter vorstellen kann oder was man sich darunter vorstellt. Ich wusste jetzt davon nicht. Vielleicht wisst ihr, aber wie gesagt, Google macht es möglich. Das SR-1MP ist hier eine Pistole, sieht irgendwie ähnlich aus wie die Makarov. Gibt es natürlich auch wieder verschiedene Ausführungen. Lassen wir uns davon überraschen. Dann gehen wir, wo sind wir? Hier auf die AKMS. Darunter habe ich das gefunden. Ich flänge mal auch wieder irgendwie eine AKM mit einer speziellen Ausführung oder kleineren Ausführung. Des Weiteren kommt die AKMN. Die seht ihr zumindest mal auf den Bildern, wenn man dem feststellen kann. Gibt es ja auch wieder mit Hingriff, aber eben mit festen Holzgriff. Vielleicht ist ja einer von euch da Spezialist und kann genau die Unterschiede aufklären. Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Für alle, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und dann kommt noch die, Moment, erst die RSASS. Hier, das ist so eine, ich sage jetzt mal, ein Sniper-Gewehr, automatisch. Ich habe auch direkt, wo ich das gegoogelt kam, kam erst mal beste Sniper in Call of Duty. Ich hoffe, das wird sich nicht darüber spiegeln, aber an sich auf jeden Fall eine geile Waffe. Und jetzt kommt... Moment mal, ich habe gelesen, dass es in Call of Duty die Cheater-Waffe ist. Irgendwas in der Richtung habe ich gelesen. Das war nicht einfach total okay, so Auto-Sniper und Counter-Strike oder was das ist. Ja, genau. Und jetzt kommt die TOZ-106. Das scheint eine Shotgun zu sein. Aber ganz ehrlich... Sieht auf jeden Fall ein bisschen strange aus. Ja, sieht ein bisschen strange aus. Hier gibt es dann auch Ausführungen irgendwie mit einem AK-Magazin und einem Visier obendrauf. Vielleicht ist es so, die good old Sniper-Shotgun, die man aus Battlefield 3 kennt. Ich weiß auch nicht natürlich, inwieweit man hier den Bildern trauen kann, aber... Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, ja. Werden wir auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Ich vermute mal, die wird dann wahrscheinlich auch in-game... Also zumindest jetzt rein optisch würde ich mal sagen, dass die wahrscheinlich wesentlich billiger sein wird. Also die Standard-Shotguns, was jetzt so im Spiel drin sind, da ist vielleicht so ein Zwischenpart, die übernehmen soll, zwischen einfach nur mit Pistole oder halt gleich mit einer Shotgun. Ja, ja. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen, ich weiß es nicht. Gut möglich, ja. Aber gerade Uhrzeit 13.37 Uhr, 1337. Ja, for the win. So, dann gehen wir weiter. Dann kommt das gefürchtete, berüchtigte Thermal-Side-Visier, die Reaper IE, äh, IR. Äh, ja. Was hältst du davon? Ja, also ich, ähm, kann mir jetzt, also wenn wir mich jetzt, äh, ich weiß es nicht ehrlich gesagt... Also viele Spiele gab es es ja schon und es gibt kaum ein Spiel, wo sie es gut mit eingebracht haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel Arma 3 nimmt, ist es in 99% der Fällen einfach nicht auf dem Server verfügbar. Battlefield 3 gab es es ja auch. Da war es zwischen total OP und nutzlos. Also wurde es eben hin und her gebufft und genervt. Und... Ja, genau. Deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen gestottert. Ja. Ich versuche mir eine Situation zu vorzustellen, wo das wirklich sinnvoll ist. Eins, wo ich mir das vorstellen könnte, äh, wäre so gerade zum Beispiel, äh, auf Woods oder so, wo, wo viel Grün ist. Du bist also gerade da zwischen den ganzen Bäumen unterwegs. Da kann sowas ganz, ganz praktisch sein. Aber andersrum wird es, ähm, auch dein Sichtfeld natürlich auch wieder extrem einschränken. Ja. Also es hat immer so ein bisschen... Kommt aufs Balancing drauf an, wie es nachher im Endeffekt sich auswirkt. Ja, genau. Das wird ein wichtiger Punkt sein. Wenn natürlich die Weitsicht zu krass ist, also wenn du quasi auf 300 Meter leuchtende Leute rumrennen siehst, dann ist natürlich auf Woods oder auf Shoreline, ähm, sowas von OP, dass du dir wahrscheinlich, keine Ahnung... Wenn du nach 10 Metern natürlich nichts mehr siehst, kein Farbunterschied oder kein Helligkeitsunterschied, ist das Gegenteil. Also wir warten einfach mal ab. Wir wollen es gar nicht so verschreien. Wir warten ab, wie es kommt. Können wir eh nichts anderes machen. Und dann sehen wir weiter. Dann kommt der neue Helm. Der ist auch, ähm, also soll komplett modifizierbar sein. Hier unten sieht man verschiedene Mods, was man drauf bauen kann. Zum Beispiel eben, ähm, Headset oder eben stabilere Seitenarmor. Und also man sieht hier, man kann hier wirklich Armor-Punkte dazu adden mit Sachen. Auch hier zum Beispiel gibt es Visier und noch ein Ballistik-Face-Shield. Ähm, wie sich das alles dann genau auswirkt, weiß ich nicht. Ob es jetzt rein einfach ein Punkt ist oder ob es wirklich dann auch auf die Treffer-Punkte auch drauf angeht, wenn einer ins Gesicht schießt oder auf den Hinterkopf oder auf den Seiten, ob sich das darauf auswirkt. Das wir uns überraschen. Denk ich auf jeden Fall. Ja, sollte es so sein, wenn es wirklich so halt dran baust. Ja. Also ich habe ein paar Screenshots gesehen, äh, die gibt es ja schon. Das wird, äh, von der Modifizierbarkeit genauso sein wie bei den Waffen auch. Du hast dann verschiedene, äh, Punkte an dem Helm, wo du dann die gewissen Teile entsprechend anbauen kannst. Ja, genau so soll es eigentlich sein. Bei dem Helm ist, glaube ich, die große Frage, äh, Kostenfaktor. Was, was wird der Helm kosten? Ja. Vor allen Dingen dann mit, mit, sag ich mal, mit der, wenn du die gute Ausrüstung dran baust, äh, ob das dann ein Helm ist, äh, ich glaube nicht, dass es dann so, äh, von den Kosten so sein wird, dass man den mal geschwind zum Verheizen nehmen kann. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, ja. Wird, denke ich mal, schon Richtung, äh, so Raids gehen, wenn man wirklich full-equipped reingeht. Oder gerade dann halt nachts, wenn man sich dann, äh, nachts sich die Räder oder so dran baut. Ja, ja. Bleibt auch abzuwarten. Okay, dann kommt ein Riesenpunkt. Number of inventory slots taken up by weapon now depends on installed mods. Ist eine richtig nice Sache, was da kommen soll, oder was kommt. Und zwar, wenn ihr einen Schalldämpfer auf die Waffe raufbaut, braucht ihr einen Slot mehr, also eine Länge. Wenn ihr zum Beispiel ein 540er Magazin, das ist lange, das drei Slots macht, braucht die Waffe nach unten hin einen Slot mehr. Andersrum ist es bei einem Visier. Oder wenn ihr sogar den Budstock abnehmt oder wieder dran baut, macht das auch einen Unterschied. Also das heißt, wenn ihr jetzt vom Platz technisch keine Waffe mitnehmen könnt, könnte es sein, okay, ihr baut einfach den Budstock ab und könnt dann die Waffe mit rein oder Budstock und Schalldämpfer weg, dann könnt ihr es noch mitnehmen. Und so werden die Waffen unterschiedlich variabel sein. Genauso die Makarov mit dem 84-Schuss-Magazin wird nach unten hin auch noch einen Platz mehr brauchen. Finde ich eine fette Sache. Wird es mit Sicherheit bei den Waffenkisten zum Beispiel ein bisschen auf Trübsal stoßen. Aber ich denke, im Grunde genommen ist es eine gute Sache. Da muss man sich eben die Schalldämpfer und die Anbauteile wirklich extra lagern und vor dem Raid sich die Waffe zusammenstellen. Finde ich extrem nice und freue mich auch drauf. Was denkst du davon? Dem gibt es eigentlich nichts hier zuzufügen. Ja, freuen wir uns drauf. Ich bin da deiner Meinung eigentlich. Was haben wir jetzt hier noch weiter? Taken by folding and unfolding stocks now reflects the numbers of search slots taken by another one. Ich überfliege das jetzt mal kurz so. Doctechs war noch ein großes Thema in der Community, dass man quasi einen Gegner tötet. Der hat dann im Inventar hat man so einen extra Doctech-Slot, wo man das quasi mit rausnehmen kann. Und wenn man das Doctech dann in der Tasche hat, kommt es im Endscreen, wird der Name und Level und alles speziell von dem dann auch angezeigt. Und man kann sich die mit Sicherheit irgendwo dann auch später in seinem Stash irgendwo an die Wand hängen und so als Trophäe quasi ausstellen. Finde ich ganz okay. Ist jetzt persönlich für mich jetzt nicht ganz so spannend. Ist mit Sicherheit spannend, wenn man eben hier den Cotton einfach mal abstraft. Als Beispiel und seine Doctech von dem Cotton hat, ist vielleicht so als Prestigeteil ganz cool, aber in 90% der Fällen sehe ich jetzt nicht so viel Sinn dahinter. Was sagst du dazu? Ich überlege gerade. Ich bin da auch. Also ich sehe es auch ein bisschen Zwiegespalten. Einen Cotton abzustrafen, wie auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf dem Server mit dem landet. Zumal Server ja auch natürlich unterteilt sind in die verschiedenen Regionen. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel, dass man quasi irgendeinen Bekannten, den man halt kennt, so als Trophäe, die das Doctech hat, ist ja dann, wäre er dann zum Beispiel schon was Besonderes. Aber ansonsten generell, sag ich mal, finde ich jetzt nicht so spannend. Wurde aber in der Community wohl extrem gut angenommen. Also muss ja nicht alles unserer Meinung nach sein. Was Negatives drin kann ich jetzt auch nicht... Nö, überhaupt nicht. Eine nette Dreingabe, sagen wir mal so. Wichtig natürlich, Shoreline soll komplett komplettiert werden. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da noch alles kommt, wie sich das auf die Map auswirkt. Und auch das erste Mal wirklich eine, in Anführungszeichen, hoffentlich riesigen Raid, der einfach auch mal kartografisch einfach größer ist, flächiger ist. Da bin ich echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, also die Shoreline ist ja mit der Closed Beta gekommen und war ja damals nur die Hälfte der Maps, sollte ja ursprünglich, wenn man es jetzt nicht so verschoben hätte, das wird es ja dann halt jetzt werden, die größte Map werden bis jetzt. Ja, also Screenshots gibt es ja von dem zweiten Teil ja auch schon einige. Das sieht alles, denke ich mal, ganz vielversprechend aus. Aber bleibt auch abzuwarten. Das allgemein gesehen, was das auch die Maps oder so ist, da kommen wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Machen wir auch schon mal noch den Rest voll. Ja, also hier geht es weiter mit New Mental Category Skills. Das sind Aufmerksamkeitsgabe, Erinnerungen. Weiß ich jetzt nicht ganz, wie sich das nachher auswirkt. Das wird man nach dem Patch sehen. Wenn ihr da mehr Informationen habt, haut es auf jeden Fall in die Kommentare rein. New Combat Category Skills. Braucht man, glaube ich, auch nicht groß was dazu sagen. Was hier vielleicht noch extrem wichtig ist, das Scopes, Added Scopes Zeroing. Also man kann wirklich dann die Scharfschützen Scopes auch nullen, um auf zum Beispiel 500 Meter Entfernung, wenn das überhaupt möglich ist, den quasi auf 500 zu zeroen und somit einen sicheren Treffer zu erzielen. Und wo bist du gerade? Ich habe komplett hier die New Combat Category Skills übersprungen und bin da auf den letzten Punkt übergegangen. Recoil Control, Light Machine Guns, darauf braucht man, glaube ich, nicht eingehen. Das ist ja für jeden klar. Einfach die Fertigkeiten mit den einzelnen Waffen umzugehen. Verkürzt sich, ja, klar. Kennt man ja schon. So, AI Improvements, also Verbesserungen im AI Bereich. Bots können sich jetzt hinlegen. Ist vielleicht spannend. Ja, ist mit Sicherheit spannend, aber brauchen wir jetzt auch nicht so drauf einzugehen. Also man kann, was ich spannend finde, ist, man kann hier mit Scuffs quasi sagen, hey, komm mit oder lauf oder bleib stehen. Sowas mit den KIs zu interagieren, gerade im Scuff-Bereich als Scuff-Spieler finde ich extrem interessant, weil man kann theoretisch sagen, okay, man ist jetzt an der Tankstelle, da sind zwei Scuffs, Scuff-Bots und man sagt, hier, komm, folgt mir und dann geht ihr in Richtung Construction mit zwei AI-Bots. Das finde ich relativ spannend, also, mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ja, wenn es, wollte ich gerade sagen, wenn das dann entsprechend auch funktioniert, nicht, dass sie dann, keine Ahnung, drei Meter mitlaufen und dann bleiben sie wieder irgendwie stehen. Ja, so eigentlich wie bei Corner Strike. Ja, wenn sie dir tatsächlich hinterherlaufen, dann ist es eine richtig coole Sache. Alle Bots zusammenziehen und dann, keine Ahnung, Tankstelle bewachen des Todes oder sowas. Ja, aber keine Ahnung, bleibt abzuwarten. Ja, ich glaube, der nächste Punkt ist der leitige Punkt, was dem Spiel auch teilweise so ein bisschen den Witznamen Escape from D-Sync eingebracht hat, die gute alte Server-Optimation. Ja, ja, das steht aber, glaube ich, auch in jedem Patch-Notes drin. Ja, das wird einfach übernommen und fertig. Ja, es gibt ja auch nicht sicher genug. Und es wird auch bis zum Schluss noch dastehen. Also gut, aber das ist auch ein Punkt, das muss man auch wieder sagen. Das hat jedes Spiel, jetzt in Tarkov ist das ein bisschen extrem, aber Server-Optimierung wird, denke ich mal, nie abgeschossen sein. Nee, ja. Da lassen wir uns überraschen, was in der Open Beta los ist. Oh ja, das wird spannend. So, Fehler, die behoben sind. Double Grenade Throw und Invisible Grenade Throw Bug. Gott sei Dank. Ja. Wie viel Tode uns das gekostet hat und Nerven gekostet. Ja. Hier, was ist jetzt noch wichtig? Bug with Shots not going through Chainlink Fences. Es ist auch mega nice, wer alles schon mal probiert hat, durch einen Zaun oder durch irgendwelche Gitter durchzuschießen und da schier verzweifelt ist, sollte jetzt behoben sein. Bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Ja. Ja, weil da hat es ja mit Sicherheit schon den einen oder anderen, man gibt seine Position im Prinzip offen, stellt sie offen dar und will den Gegner erschießen, sollte ihn auch haben und der Zaun oder Gitter hat einen Strich durch die Rennung gemacht. Ja. So, was haben wir hier noch? Hier ist, glaube ich, Changes, das brauchen wir jetzt nicht mehr groß eingeben. Ich werde auf jeden Fall den Link in die YouTube-Videobeschreibung reinposten, da könnt ihr auch nochmal selber durchgucken. Und natürlich schreibt auf jeden Fall die Kommentare, wenn ihr uns irgendwo verbessern könnt, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben aufgrund von Missverständnis oder Translationsfehler, also Übersetzungsfehler. Lasst uns da gerne berichtigen. Hier ist nochmal ein paar Screenshots zu dem Scharfschützengewehr. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Des Weiteren, schreibt natürlich eure Meinung in die Kommentare, was euch jetzt speziell freut oder was euch wichtig ist, was ihr gerne hättet, was ihr nicht habt oder was auch immer, schreibt es in die Kommentare, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, abonniert den Kameranal, wenn ihr nichts verpassen wollt und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.